Meine Enkelin, ich möchte Sie zurückhaben. Ich möchte Sie so schnell wie möglich wieder bei mir haben. Und Sie, Sir, Sie, Sir, so wurde mir gesagt, sind der Richtige für diesen Job. Jeder Arm ist mit einem Sprengsatz ausgestattet. Die Hose ist auch mit Sprengsätzen ausgestattet. Boom! Wirklich? Gleich hinter dem Ort, an dem wir jetzt stehen, liegt ein Stück Highway, auf dem das Böse regiert. Was ist das? Wenn Sie am Ende dieser fünf Tage noch nicht mit Bernice zurückgekehrt sind, um den Anzug zu entschärfen, Gott sei mit Ihnen. Das hier ist Ghostland, mein Freund. Von hier gibt's kein Entkommen. Wir sind nicht die, die Sie gefangen halten. Das waren jetzt schon zwei Tage und sie ist immer noch nicht wieder hier. Wie komme ich hier raus? Du musst dich deinem Schicksal ergeben. Lass es regnen, Baby. Lass es regnen! Ich... bin... radioaktiv. Niemand entkommt aus Ghostland! Niemand! Niemand! Ich bin keine Gefahne! Ich bin keine Gefahne!